Ich spiele den Bär. Bin ich? Solo-Lane, ne? Solo-Lane. Griff der Uhrzeit. Mhm. Dann weißt du immer, wie's spät ist. Guck, guck, der Grugs, der leuchtet auch so. Ich hab nämlich ein Schild irgendwie am Anfang. Die Kima Juwel der Standhaftigkeit 1. Und deswegen leuchte ich so wahrscheinlich. Woher hab ich das Schild? Was ist das für ein Schild? Wo krieg ich das her? Ist es mein Schild von meinem grünen Ding? Warte mal. Verleiht ein Schild, der 50 Schaden absorbiert, wenn der Held 6 Sekunden lang außerhalb des Kampfes. Aha. Dein Ding ist grün. Mein Ding ist grün. Wasch dich mal. Wasch du doch. Oh, lol. Ich find die Türme echt hässlich. Die könnten auch irgendwie von Diablo 4 sein. Da in dem... Äh, von Diablo 3. Bei den Engeln da. Das sieht irgendwie genauso aus. Was soll's. So, ich hab grad hier keinen. Aua. Noch nen Mörder. Okay, Mörder hat schon mal rausgeblinkt. Oh, ja. Oh, ja. Äh, ich krieg er ein bisschen aufs Mauch. Ich brauch Level 2. Kann grad nichts machen. Der killt halt die Schießer-Minions. Also, Mörder auf der Solo-Lane, find ich, ist schon... ist schon sehr stark. Wenn ihr keiner gankt. Ja, ich mach mal Level 2. Das wird Backing-Malder, Alter. Hey. Alter, hier ist ein Chimera. So. So geht das. So macht man First Blood. So, ich bin direkt ein bisschen Vampirismus mit. Dann kann ich mich gleich ein bisschen hochheilen gegen den Mörder. Wenn er mich die ganze Zeit poken möchte. Also, es geht noch gegen die Altäne, ne? Ja, geht noch. Na, es geht gerade so. Dann spielt ihr aber scheiße. Boah. Boah. Die Q, die kostet ja fast nichts, ja? Kann ich ein bisschen Last haben. Boah, wo ist er hin? Ach du Scheiße. Nein. Minion. Yes. Digga, ich bin der geilste Motherfucker auf der Welt. Alter. Mein Herz. Alter, mein Herz. Timo, das hättest du sehen müssen. Ich habe zwei gegen eins, habe ich sie beide platt gemacht, Junge. Geil. Ohne Ulti, Alter. Mindestens einmal die Woche abspritzen. Dreimal, sag ich dir. Ja. 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 Immerhin nicht gestorben. Ja. Ja. Was ist der? Ah, ne. Es sind noch gar keine Begriffe da. Ja. Ah, die Q, die kostet fast nichts. So ein bisschen Damage mal in Minions und ein bisschen Farmen. Ja, ich weiß es nicht. Dann geht das schon. Dann geht das schon. Nein, er stellt sich gut hin. Und blockt ihn weg. Jawoll. Alter, es wird geil. Er konnte nichts machen, der D. Er ist mir ein bisschen leidgetragen gerade. Ja. Brax ist schon krass hier in dem Game. So, lass die Minions in den Tower laufen. Das hier ist auch ein gutes Item. Ein Mann, ein Wort. Du weißt. Demo, du weißt. Wenn man ein bisschen reinkommt wieder in das Game, dann macht es wieder Bock. Also eigentlich müsste man eine Woche Overprime spielen, eine Woche Pred. Aber ich will halt auch bei Pred das Max-Level erreichen für die erste Season. Damit ich hier die Teile bekomme. Stop in the name of Pred. I love it. I love this, Drax. Ich würde eher den Prime machen, glaube ich. Machst du den? Nee, ich komme jetzt erstmal hier gegen Helden. Ich versuche den Mini-Prime zu machen. Wir können uns ja nicht bei allem aufhalten hier. Ich habe klein bisschen Live-Stil und kann das Ding hier einfach Solo machen jetzt. Ja, bei der Hälfte. Oh ja, da bist du aber Mist. Nee, da ist er noch. Das dauert ja ewig hier. Oh oh. Pass auf, jetzt kommt der Mörder, sonst fehlt ihn. So, jetzt gehe ich schnell mal weg. Kaufe mir das Teil hier. Ähm, ein bisschen Kraft, so. Ein bisschen Kraft getankt. Jetzt gehe ich meinen Turm holen und dann wird rotated. Könnte auch rotiert sagen, aber das wäre zu deutsch. Aua. Aua. Ich bin mal gerötet hier. Ich muss mal kurz weg. Ich bin mal mit auf der Dinger. Der Drecksack. Boah. Wo ist er? Digga, ich habe ihn nicht gesehen. Naja, ich hätte den Prime beschwören müssen. Aber ich war ein bisschen zu whack unterwegs gerade. Wie viele Kills hat Flummi denn? Vier nur. Ach du Scheiße, er feedet ja richtig rein. Was ist mit Flummi los? Warum leuchtet denn die... Warum leuchtest du so? Nee. Achso, das bist gar nicht du. Sollen wir mal den Tower in der Mitte holen, Dimo? Dann kannst du ein bisschen mehr roamen. Ich glaube, das war besser, als wenn du gegen die Fader auf der Lane fighten musst. Guck mal, da kommt der Murdoch hoch. Digga, jedes Mal pusht er mich 300 Meter weg. Bist du ready? Oh, da kommt noch Kamera. Warte mal kurz. Au, Scheiße, wie geht's? Ab im Dschungel. Nein. Wohohoho. Wohohohoho. War das geil. Ja, ich hab den Prime auf alle drei draufgestellt. Alter, ich hab diese Runde richtig geil. Es sind vier Leute tot. Wir können in Indepolen. Alter, die Minions. Nein, das Vieh ist kaputt. Ist da eine vorne? Oh, Scheiße. Kann ich, glaube ich, nicht mehr. Ich dachte, hier wird noch da. Ist es plaschen? Nee. Alles gut. Alles gut. Ähm. Ich brauch mir ein bisschen Tank-Shit. Was sind denn geile Tank-Items? Verringert die durch Basisangriffe und physische Fertigkeiten erlitten in den Schaden. Rüstung, Rüstung, reflektiert Damage. Aber, reflektiert. Die Heilung des Gegners wird verringert. Das ist halt auch geil gegen Chimera, Murdoch und Dings. Vielleicht baue ich das mal. Das ist gut gegen Chimera, Murdoch und Twinblast. Dann macht deren Lifestyle nicht mehr so viel. So, Murdoch, Murdoch. Jetzt habe ich geultet. Hey, wie kann der mich denn sehen? What? Digga, nervt der mich. Warum ist hier keiner? Warum ist denn hier keiner auf der Lane? Wo sind denn hier alle? Alter, gibt's doch gar nicht. Na, der Turm ist weg. Na, hier steht ein Board. Kameras tot. Mal geht's ein bisschen schneller. Ist der gut, Rampage? Ach, du Scheiße. Die ist einfach weggelaufen. Sieht ihr nicht, dass ich den Prime mache? Ich glaube, die hat nicht gesehen, dass ich den Prime gerade mache. Ja. Warte mal kurz. Komm mit nach rechts. Ich muss den Mörder killen. Wir sind zu kippt. Dein Blick ist so höher raus. Alles gut. Ich muss den Tower hier. Jo. So. Noch eine tot. Ich muss mir mal gerade das Item hier hinziehen. So. Ich bin in den Polen. Alter. Guck mal, wie viel Schaden der Tower macht. Lächerlich. Jetzt bin ich tot. Kommt. Oh, ich habe gar kein Mana mehr. Hinter uns. Oh. Oh nein. Scheiße. Kriegt ihr sie tot? Ja, ja. Kriegt ihr sie tot. Sehr gut. Ah, wir haben Inip geholt. Ich bin außer Sinne geblieben. Wenn ich nur einen Mana-Pod nehme. Ich kann das hier verkaufen und das dann mir holen. Ich glaube, das da hole ich mir auch noch und danach baue ich damage. Ich gehe mal zum Red Buff, mache den und dann gehe ich an den Raptor. Hes hier hört. Rampage fängt schon an. Das ist sehr gut. On my way. Rampage, damage. Ich mach mal. Die kommen nach links. Ja, ich sehe zwei Leute auf dem Blast. Alter, sind hier alle Leute. Ich sehe nichts. Hä? Hä? Digger. Hab ich. Jawoll. Ich bin tot. Ich bin übel gesloten. Alter, habt ihr gesehen, wie ich gesloten war? Boah, ich war sowas von gesloten gerade. Ah, die haben den Raptor bekommen, ne? Mhm. Ja. Bitter. Das soll man machen. Dafür kriegt der Core jetzt ein bisschen Schaden. Und unser Mid-Tower vielleicht. Team, hilf mir, ich schütt. Also der Jungler kommt oft zu mir, wenn es Probleme gibt. Wer ist denn unser Jungler? Der? Randale. Randale. Mach ein bisschen Randale. Äh, lass mal Prime machen, komm. Naja. Einfach direkt wegkloppen, dat Vieh. Level 20. Äh, Minute 20. Ab geht's. Triple Tap. Da sind sie schon da oben. Geht mal einer hoch. Hier hoch. Walking back. Bis, China. Okay. Mitte, Mitte. Ja, Mitte muss gedaffnet werden. Ich bin gerade nach links gegangen. Jetzt laufe ich mit den Flügeln rum. Lol. Geil. Ich bin einfach so stark. Ich bin so stark. Dieser Geruchs. Geil. Geil. GG, oder? Geil. Boah, die Minions sind so langsam. Mitte noch einmal ist hin, oder? Ja, mach mal. Okay, für den Kern. Okay, also für den Ine brauche ich recht lange. Komm, das hier. Komm, mach das Ding hier. Guck mal, wie lachhaft wenig Schaden das Teil macht. Siehst du das? Guck mal, wie viel Schaden ich bekommen habe. Und ich habe nicht mal Tank, also ich habe ein Tank-Item gebaut. Na ja, schon viel Leben. Ich habe ein Tank-Item gebaut. Hey, bleibst du da? Nein, der Radar stirbt. Ich glaube, ich hatte Akku vom Ding. Oh, die Feier hat den gepulst. Flummi, go, go, go. Nicht finischen, Demo. Nicht finischen, stirb. Oh, geil. Nein, ich finischen. Nicht finischen. Hier, Lappen. Oh, es hat Lappen. Max ist übel, wenn er erst mal ein paar Items hat, kaum tot zu bekommen. Ja, total dumm, dass man ein Tank-Item kauft und auf einmal ist er so tanky. Das macht gar keinen Sinn. Das Balancing von dem Spiel ist echt nicht gut. Ja, die Tower müssten auch im Laufe der Zeit mehr Damage machen. Ja. Die so ähnlich wie...